Also der Ronald Trump, er ist eigentlich schon 30 Jahre alt, das heisst, er ist seit acht Jahren pensioniert und er wird langsam ein wenig dement. Sevinil und hat Alzheimer. In seinem Alter kann das schon mal auftreten, das ist normal. Und er ist Präsident geworden, weil er den kleinen Leuten alles versprochen hat. Und weil er Milliarden gab. Aber langsam kommt ein Job rein. Einer, der dem Kopf noch klar ist. Einer, der klar denken kann. Und er wird ihm dann der Präsident schon wegnehmen. Und dann kommt er vielleicht mit Michelle Obama, kommt auch noch. Und Hillary Clinton. Auch die Politgrösseren werden sich dann anspornen. Und so werden sie den Präsidenten von Amerika. Oder er hat zumindest gute Chancen. Ja. Es gibt viele Fake News. Donald Trump kämpft immer mit den Fake News. Und dabei ist er ein Fake-Präsident. Er ist eigentlich schon lange pensioniert. Senil, dement. Alzheimer hat er alles. Und in den kuriosen Ideen. Wenn man das Coronavirus bekämpft, indem man Infektionsmittel in die Türen spritzt. Was nachher tödlich ist. Ja. Er macht einfach ein Desaster nach dem anderen Desaster. Dann sollte man ihn so schnell wie möglich wählen. Und endlich mal einen Demokrat wählen. So wie Barack Obama. Einer, der wenigstens ein bisschen gesunder Menschenverstand hat. Und nicht einen Mauer zu Mexiko bauen will. Wenn er in den Stoss kommt, dass dann eine ganze Mauer auf dem Land von Beximo und Boden liegt. All die Versprechen, die er gemacht hat, sind wirklich klein gesucht von Donald Trump. Also wir müssen dann sofort abwählen. Und einen guten demokratischen Präsidenten holen. Und wenn wir keinen finden, nehmen wir einfach wieder Barack Obama. Aberuen. Vielen Dank.